die sind synchron aber wie soll ich dadurch man die sind synchron wie soll ich dadurch kommen ich muss einfach abwarten bis die beide synchron sind oder jetzt wären sie gerade synchron gewesen ich glaube ich muss einmal abwarten ja das ist jetzt natürlich ganz schlau was ich jetzt gerade mache da ja 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 ich will den level nur noch schaffen ich hab den in der mitte nicht mitgenommen ich einfältiges arschloch ich hab den in der mitte nicht mitgenommen oh shit ich hatte alle nur ich hab das ding in der mitte nicht mitgenommen man wie dumm bin ich denn da fehlt aber nicht mehr viel ich dachte ich hätte ihn aber ich hab ihn nicht weil doof ja das war jetzt mein fehler es ist ganz klar es ist klar es ist so klar es ist so toll es wird gleich wieder noch nein shit ich war zu aufgeregt aber wenn ich gleich zum ersten mal synchron laufen dann muss ich in die mitte ja versuch mal in die mitte zu kommen jetzt laufen die wieder nein laufen sie nicht aber ich bin dagegen gefahren egal 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 das ja jetzt wären sie synchron gewesen super 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 aber der level der macht mehr spaß als alles was ich bisher hier in dem spiel gemacht habe da macht der level echt mehr spaß synchron nein nicht so ohne geil ja der dritte nach auch auch nee auch 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 es macht langsam keinen spaß es macht langsam keinen spaß mehr was das für eine aussage es macht ja die waren alle 15 kronen die haben sich in der mitte getroffen was ist das was ist das ein total error oder was das spiel ist doch verpackt ohne ende nein ist es nicht aber ich muss irgendwas böses sagen ich muss tee trinken ich kann es immer wieder erwähnen wie schön dieser tee kann der tee ist er schmeckt einfach göttlich dieses geschmacks erlebnis ist geiler als dieses spiel nein da waren sie sind kronen da waren sie sind kronen da komme ich doch nicht durch jetzt sind die immer noch nicht im kronen ich weiß gar nicht wann die synchron sind man das ist synchronität eigentlich mit scheiß wer hat das erfunden die natur warum war das überhaupt die natur oder was bad spencer wahrscheinlich nicht bad spencer nein leute ich ziehe das jetzt durch und zwar am stück nein noch nicht nein asynchronität eigentlich müsste ich mit der asynchronität direkt gehen also mit der asynchronität was laufst du da für ein scheiß ne mit der synchroni das ist toll mit der synchronität müsste ich direkt gehen ach doof dann könnte ich es wahrscheinlich schaffen oh nein 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 weiter weiter ich gebe nicht auf weiter ist der letzte level weiter heiter geht es weiter es geht heiter weiter ich du er sie es nein dann ist der dritte asynchron das ist das ist ficken aber ein moment mal leute ich wurde gerade angeschrieben und es ist wichtig ich muss mal eben kurz eine pause machen wir sind bei vier drei sieben fünf toden also es wird sich nichts ändern ein moment so gut da bin ich wieder wieder zurück in der letzten runde bei der letzten runde bei was maustaste ne feiltaste die feiltasten sind auch gegen mich irgendwie glaube ich ist alles gegen mich aber moment mal wann sind die denn synchron oder wie oft sind die unten synchron jetzt sind sie unten synchron und nicht 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 jeder fünfte und ich habe jedes mal das unglaubliche glück immer den fünften zu erwischen noch dumm scheiße das war doof das jetzt los zu laufen das war auch doof nein ich habe schon wieder den in der mitte vergessen was ist das denn ah ah je boah das level ist so so schlimm irgendwo ich weiß nicht ob es die schwierigkeit ist oder was es ist aber dieses level ist schlimm das ist ein schlimmer finger ja jetzt seid nicht wieder ficken 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 nein 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 das glaube ich nicht das glaube ich nicht Das glaube ich nicht. Alter. Das glaube ich gerade nicht. Ey, kann es sein, dass das Level echt impossible ist? Oder nein, ich hätte wahrscheinlich nur in die Mitte gemusst, um an den beiden vorbeizukommen. Ja, genau. Seid doch jetzt impossible. Seid doch, deine Mutter ist impossible. Aber wie das Ding gelaufen ist, ich habe Vollspeed gegeben, aber es hat nichts gebracht. Ja, es geht schon alle drei, impossible, beziehungsweise asynchron. Jetzt hängen die alle zusammen. Boah. Aber es geht, man kommt da durch. Man muss dann wahrscheinlich in die verdammte Mitte. Man muss dann wahrscheinlich einfach nur in die scheiß Mitte. Was mache ich hier eigentlich? Oh. Das ist die falsche Richtung. Ach, genau jetzt kamen die Synchronteile. Ich glaube, das wird mein Hasswort auf Lebenszeit. Synchronität. Synchronität. Und dieses Spiel hier. Nein. Ja. Ja, du mich auch. Ah. Na ja, es kann aber nicht mehr so lange dauern. Das Dumme ist, man muss auch noch wieder zurückkommen. Man muss auch noch wieder zurück. Das kotzt irgendwie noch so ein bisschen mehr, dass man wieder zurücklatschen muss. Man muss nicht nur den ganzen Wutz hier einsammeln. Man muss auch noch... Ach, halt die Mutter. Was? Man muss auch noch... ...wieder zurück. Und ja, Asynchronität am Arsch. Das kotzt am allermeisten. Boah. Okay. Machen wir doch mal ein Überlebenstraining. Einfach mal ein Überlebenstraining. Tja, das war schon mal... Das war schon mal... Das war schon mal ganz toll. Man sieht auch nicht im Voraus, ob die Dinger jetzt synchron verlaufen oder nicht. Weil es zu schnell ist. Die zum Beispiel sind jetzt asynchron. Sag ich doch. Ja, ja. Wichs in die Ecke. Boah. Wir schaffen echt noch die 5000. Beziehungsweise ich schaffe echt noch die 5000. Da braucht man... Oh ja, da geht der zurück. Ja, der dreht sich ja nicht. Der geht ja nur von links nach rechts. Das habe ich vergessen. Verjessen habe ich das. Dieses Spiel. Das kotzt so übel. Es kotzt so übel. Och, es ist wie eine Magen-Darm-Grüppel über ein ganzes Jahr. Es ist fernab von allem Menschlichen in der Welt. Gleich sind sie wieder synchron. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Gleich. Ja, da wären sie wieder synchron gewesen. Ich habe keine Ahnung, was ich dann machen soll. Ich habe keine Ahnung. Das interessiert mich eigentlich auch nicht. Aber wie habe ich das jetzt gemacht? Ja, genau so. Aber ich... Ja. Genau, genau. Was zum... Ich wäre da durchgekommen. Ich wäre da durchgekommen. Das hätte den Sieg bedeutet. Oh, ja, das war doof. Das gebe ich zu. Ich wäre da eben durchgekommen. Ja, ja, da wäre ich auch noch durchgekommen. Aber es steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Ja, das ist lustig. Na, na, na. Zuerst den. Jetzt rund. Na, boah. Himmel. Ich hätte es fast geschafft gerade. Der Level ist nicht impossible. Der ersten... Och, ja, natürlich. Der geht davon links nach rechts. Ich habe es vergessen, weil... Weil ich voll den... kleinen Schädel habe. Oh. Oh. Das sieht wieder... Ich weiß nicht, wie es... Nein, du bist so dämlich. Hans-Uwe. Ne, Horst-Uwe hießest du, oder? Auf jeden Fall Uwe. Hans-Horst-Uwe. Yes. Der nächste ist ein Kron. Die nächsten beiden sind... Irgendwie... Sind... Ja, da bin ich daran hängen geblieben. Ich bin so ein... Ich bin so ein kaputter Mensch. Aber das ist schaffbar. Ja, okay. Das war nicht schaffbar. Das war nicht schaffbar. Das sind drei. Und drei ist unfair. Drei ist Arschloch. Drei ist Gülle. Gülle-Küken. Oh. Gut. Jetzt an dem... Ach, an dem hätte ich vorher noch vorbeigemusst. Irgendwie in der Mitte, oder... Keine Ahnung. Naja, jetzt ist... Wieder alles doof. Ja, ach, fick dich doch. Ach, schmier dir Butter in den Kimmel. Ich wette, der Dreck geht irgendwie acht Stunden lang, oder so. Ach, nein. Doch, geht er, aber... Ich komm hier durch. Ich komm hier durch. Ist doch nichts, als ob ich keinen Fortschritt machen würde. Ey, wenn es noch so ein Bonus-Level gibt, so 31 oder sowas, dann fickt euch. Ich sag es so, wie es ist. Fickt euch. Fickt euch. Die sind... Nein. Nein. Warum? Müssen die unten immer synchron sein am Ende? Am Ficken nochmal am Ende. Warum? Warum? Gehe ich das von Anfang an falsch an, oder was? Oder ist es sonst so, wenn die nicht so sind, dass ich im Vorraum schon verrecke? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich ver... Arschloch. Ich verstehe den auch nicht mehr. Solange... Ach ja, das war dumm von mir. Jetzt sind die wieder zusammen. Jetzt sind sie... Ne, der wäre auseinander gegangen. Oh ja, jetzt waren die Dinger im Weg. Es ist nicht mehr lustig. Es ist nicht mehr lustig. Das Spiel ist schon so lange nicht mehr lustig. Es ist so lustig. Es ist so lustig. So lustig kann es nicht sein, weil es... Hallo! Jetzt sind die oben und unten und... Inten und oben! Früher oder später rufen meine Nachbar die Polizei, weil sie denken, ich randaliere hier, oder... Boah! Boah! Oh! Nein! Oh, ficken! Ich hätte nur darüber gemusst. Ich hätte nur darüber gemusst. Das habe ich nicht gesehen. Oh! 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 Nein! Ich mache das. Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt oder nie. Und hier kann ich nämlich durch. Jetzt sagt nicht das... Was? Ich bin an dem... Ich bin so ein... Ich bin so ein... Dummer Spaten. Ich bin an dem gestorben. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich bin kurz vor dein Kissen zu schreien. Ich glaube, das werden die auch gleich tun. Ah je. Ah je. Ah je. Ah je. Ist mir egal. Den letzten Part hier werde ich nicht schneiden. Egal wie lange er dauert. Ich werde ihn nicht schneiden. Ihr müsst ihn euch... Euch... Ihr müsst ihn nicht anschauen. Das bleibt euch überlassen. Ihr müsst überhaupt gar nichts von dem, was ich mache, anschauen. Immer so, by the way. Aber... Ähm... Oh. Ich werde hier nichts rausschneiden. Da wird jeder... Alles, was ich versuche... Scheiße. Alles, was ich versuche, bleibt hier... So, wie es ist in der Aufnahme. Ich hoffe, ich nehme auch auf. Wenn ihr das jetzt nicht aufnehmen solltet, dann laufe ich heute echt noch amok. So aus Spaß. Oh. Oh. Wann von allen Seiten, ey. Fick. Oh, du... Ja, da waren die Synchronen. Waltes Bettlacken, ey. Ich. Das waren die Synchronen. Das waren die ficken Synchronen. Sag nicht, dass ich so ein... Oh, nein. Oh, nein. Ich hätte hochgemusst. Ich hätte nur noch kurz hochgemusst. Dann wäre alles gut gewesen. Das war mir immer mehr so Glück als Verstand, wenn ich das mal, ja, schaffe, so wie eben gerade, dass ich zumindest dort unten hinkomme. Und wenn ich dieses Spiel durch... Was? Glück, was? Was war das gerade? Ich habe gerade überlebt. Oder sah das nur so aus? Wie habe ich das gerade gemacht? Ich glaube, ich soll die Zeit nicht damit verschwenden, herauszufinden, wie ich gerade geglitcht habe, sondern eher den Level auf ehrliche Art und Weise schaffen. Oh. Yes, yes. Oh, nein. Die gehen... Yes, 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 yes. Yes, 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 ah, 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 ah Leute, 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 ich habe es geschafft, hat es aufgenommen, es hat, hat es auch aufgenommen, es hat, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, your name, yes, yes, ich habe es geschafft, Alter, ich habe es geschafft, Alter, ja, fucking yes, ich hätte es niemals geschafft ohne die treue Hilfe meines Stressschweines, welches ich während der Aufnahme, glaube ich, irgendwann mal vorübergehend anzünden wollte, aber ich habe es geschafft, oh, ja, 4455 Tode. Oh, Gott. You have finished the world's hardest game. Please submit your score to our leaderboard. Make sure your pop-up locker is not on for this website. Enter your name. Nein. Ich werde mich nicht eintragen. Nicht mit 4455 Toten. Wobei. Ist das, äh, geht das? Geht das so? Gehst du? Submit, score? Oh, ey, hier ist ja so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Liste. Oh, hier auch, auch, null Tode, okay. Okay, okay, äh, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, mhm. Ähm, wo kann ich denn hier, bin ich hier schon eingetragen? Äh. 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 Okay. Aber ich will trotzdem mal eben gucken. Wie, wie kann ich das denn hier sehen? Was, davon gibt es einen zweiten Teil? Ne. Niemals. Äh. Ich weiß nicht, kann ich mich hier irgendwie suchen oder so? Ach, ist ja eigentlich auch egal. Ich will später mal austesten. Ich will gar nicht wissen, auf welchem Platz. Ich bin bestimmt irgendwie auf Platz, Platz 21.535 oder so. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, yo. Das wär's mit meinem 100 Abonnenten-Special gewesen. Oh, Himmel. Gott. Gott. Wie schon gesagt, ich würde mich über eine Videoantwort sehr freuen. Und, äh, probiert das Spiel selber mal. Ich persönlich muss jetzt, wo ich das Spiel geschafft habe, so als Resümee abgeben. Ähm. Dieses Spiel, es ist unmenschlich. Es, es, es macht einen kaputt. Ich werde dieses Spiel in meinem ganzen Leben auch nie wieder spielen. Nie wieder, Himmel. Es ist einfach nur grausam. Es ist einfach nur grausam. Es ist zwar schön gemacht, so wie es aufgebaut ist. Mit den Sachen auch, dass man... Ich meine, es funktioniert ja alles. Also, es ist richtig schön durchdacht auch, aber... Wenn man, wenn man das versucht, so als Normalsterblicher zu schaffen und nicht irgendwie die allerbesten Reflexe hat, oder ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur, nur, äh, äh, unterirdisch talentiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das... Ich, äh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man sich sowas antun muss. Und davon gibt's auch einen zweiten Teil. Ich klicke nur mal drauf, um zu gucken, was das ist. Ach so, dass die Punkte zahlen nur. Ach so. Ja, äh, wie dem auch sei. Auf jeden Fall. Ähm. Kann man das hier irgendwo öffnen? Ne. Ich werd's mir vielleicht mal angucken. So, so von, von Weitem aus angucken. Na, ich werd's mit Sicherheit nicht spielen. So, jetzt werd ich mich erstmal bei den Nachbarn entschuldigen für das, was ich gestern Nacht und eben gerade und vorhin gemacht habe und wahrscheinlich noch machen werde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, let's play irgendwas anderes. Irgendwas, irgendwas, was nicht so schwer ist, was nicht so nervenaufreibend ist. Also bis dann, Leute. Ich hoffe, es hat euch... Ja, was heißt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm. Äh. Ich hoffe, ihr kamt damit klar. Ich sag einfach mal, ich hoffe, ihr kamt damit klar. Und dann würd ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Adieu und ich bin weg.